Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von SchrankTV. Zuallererst begrüße ich die 7.000 Abonnenten, die von letzter Woche zu dieser Woche dazugekommen sind. Schön, dass ihr auch mit dabei seid und zu der immer größer wachsenden Zahl gehört derjenigen, die uns folgen. Die heutige Sendung ist die wichtigste Sendung, die ich jemals gemacht habe bei SchrankTV aus meiner Sicht. Und ich bitte euch jetzt schon darum, diese Sendung unbedingt zu teilen, zu kopieren mit Freunden und Bekannten, mit so vielen Menschen wie möglich. Warum? Ich hatte letzte Woche zugesagt, dass ich in den nächsten Wochen einen Weg zeigen werde, wie wir uns aus dem Zwang, aus dem GZ-Zwangssystem befreien können. Und da ich ein Mensch bin, der zu seinem Wort steht, lasse ich euch nicht wochenlang warten, was ich ja gesagt habe, sondern wir sprechen gleich medias res darüber. Und zwar geht es darum, nochmal kurz zur Historie, wie ihr alle wisst, wir leben damit und zwar seit 2013 mit einem Beitragszwang. Und für viele Leute ist es irgendwie normal, dass da 17,50 Euro abgebucht werden. Aber ich kenne nicht eine Person, der sagt, juppie, ich freue mich toll, jeden Monat das Geld den Öffentlich-Rechtlichen in den Rachen zu schmeißen und in die Pensionen und die hohen Gehälter damit zu finanzieren. Nein, es ist eigentlich noch viel krasser, dass, wenn man sich das genau betrachtet, hier aus meiner Sicht einer der größten, ich würde fast schon sagen, hinterlistigsten Aktionen abgelaufen ist, die es gab. Und zwar, man muss sich vorstellen, von 1923 an bis 2012 gab es keinen Rundfunkzwang. Es wurde auf freiwilliger Basis der Rundfunkbeitrag geleistet. Auch in der so dunklen, bösen Nazi-Zeit und in der ehemaligen DDR, muss man sich mal vorstellen, gab es keinen Zwang. Aber in dem tollen, so demokratischen System der Bundesrepublik Deutschland wurde hinter verschlossenen Türen, man könnte fast schauen, wie so eine Verschwörung gegen das eigene Volk durchgezogen. Und zwar im Jahre 2013, dass seitdem pro Wohnung, ob einer einen Fernseher hat oder nicht, müssen die Leute zahlen. Das ist mittlerweile so krass, dass also Menschen, wie diese Glimme Baumann damals ins Gefängnis gesteckt worden ist, die rigoros sich geweigert hat, den Beitrag zu zahlen. Also es sind Verhältnisse, die gibt es noch nicht mal in Russland oder Nordkorea oder sonst wo, hier in Deutschland. Was aber, und das ist das Spannende jetzt, die Leute nicht verstanden haben, aus meiner Sicht, die abgehalfterten Politiker, die in den Landesrundfunkräten sitzen, also diese Klüngelwirtschaft, die Mafia in sich, also der Staat im Staat, die haben nicht verstanden, dass die Leute es nicht wollen. Und sie haben immer eine Kohle nacheinander raufgelegt. Und wie ihr wisst, wurde ja nach außen hin der Eindruck erweckt, dass die Sache ja legitim ist. In Wirklichkeit ist es genau umgedreht. Es ist nämlich so, dass jetzt aktuell eine Initiative gestartet ist. Ich habe mir das genau angeguckt, quasi mit der Lupe, und war schwer beeindruckt, und das merkt ihr euch bitte jetzt alle. Rundfunkfrei. Das könnt ihr eingehen im Internet. Das ist die größte bundesweite Befreiungsbewegung, die es jemals gab. Und zwar zur Aufhebung des Rundfunkzwangsbeitrags. Das ist einer der Ziele. Und innerhalb von kürzester Zeit haben sich, also es ist ja erst seit einer Woche am Start, haben sich Tausende von Menschen dieser Bewegung angeschlossen. Und das sind Menschen, die auch Gesicht zeigen. Und das Interessante ist dabei, dass selbst Leute, die sonst vorher nicht miteinander kommuniziert haben, trotz alledem dort mitmachen. Und aus meiner Sicht ist es die Sache, die dieses gesamte System zum Kippen bringt. Warum? Weil die Menschen unserem Vorbild gefolgt sind und immer mehr Befreiungsanträge aus gewissensgründen stellen. Das heißt, mittlerweile wisst ihr selber, wir werden es kurz einblenden, Ich schulde den öffentlich-rechtlichen, ich glaube 1.200 Euro circa. Ich habe keinen Cent bis zum heutigen Tage bezahlt. Und ich warte sehnsüchtig immer noch auf das Verfahren. In meinem gesamten Freundesbekanntenkreis, der größte Teil, hat dort mitgemacht. Keiner hat bislang ein Verfahren gehabt. Weil die Gerichte, die haben nämlich Schwierigkeiten, mit dieser Sache mittlerweile umzugehen. Man hatte den einen oder den anderen Fall und die haben drüber gelacht. Da haben wir gesagt, hey, was ist denn das? Befreiung, sowas gibt es gar nicht. Aus gewissens Gründen, natürlich gibt es so etwas. Und zwar, es ist wie damals mit der Wehrpflicht. Kennt ihr vielleicht alles, es hieß damals Kriegsdienst. Und daraus hat man Wehrdienst gemacht. Und dann haben Leute versucht, den Wehrdienst zu verweigern. Das war am Anfang nicht machbar. Aber es wurden immer mehr. Es wurden nur Tausende, Hunderttausende. Und dann musste der Staat in dem Fall einknicken. Es ist eine ähnliche Situation. Es ist nämlich so, die Zahnpasta, die aus der Tube raus ist, die geht nicht mehr rein. Wir befinden uns jetzt hier im Winter. In Berlin haben wir zwar kein Schnee bei euch. Im Süden ist Schnee. Es ist wie ein, müsst ihr euch vorstellen, wie ein Schneeball. Der ist ins Rollen gekommen, vor ungefähr zwei Jahren. Und wir erleben jetzt schon innerhalb von dieser einen Woche, da wird eine große Lawine kommen. Und das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, in den einzelnen Bundesländern wird es zu Volksentscheide kommen. Und wir werden die Gerichte dort mit, ich sag mal, Larm legen. Beziehungsweise diesen Staat und dieses unrechte System auch zum Fall bringen. Und jeder von euch ist dabei wichtig. Und jeder, aber nur der, der sagt, ich kann nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, das gelogen wird dort im Fernsehen, Kriegspropaganda abläuft. Und dafür muss ich noch bezahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Warum muss ich überhaupt für eine Sache bezahlen, die ich nicht nutze? Wenn ich kein Alkohol trinke, dann brauche ich auch keine Alkoholsteuer zu bezahlen. Ist doch ganz normal. Und wir wissen, woran es liegt. Es wird nämlich immer, die Luft wird immer dünner. Es wird immer enger für diese Leute, die im Hintergrund dort die Feen ziehen. Und da macht man momentan eins. Da versucht man, im Mittelalter hat man die Kornkammer ein bisschen hoch gemacht, zwei, drei Körnchen rausgeschmissen, um die Leute zu beschwichtigen. Da kommen gerade die Grünen, die dann sagen, oh, wir sollten mal drüber nachdenken, den Rundfunkbeitrag so ein bisschen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu reformieren. So, die FAZ hat einen großen Bericht jetzt gebracht. Total lustig. Die schreiben und belegen, sagen, oh, nur alleine bei der ARD gibt es dort eine Lücke von 1,3 Milliarden Euro. Und zwar in den nächsten vier Jahren, die nur für Pensionen bezahlt werden müssen. Und 3 Milliarden kommen noch dazu. Das ist das, was wir damals alles schon beschrieben haben. Das ist das, was wir schon vor Jahren beschrieben haben. Ja. Und in dieser Konstellation ist auch zu sehen, den Artikel, wenn wir auch mal kurz einblenden, von den freien Journalisten von Telepolis, der für Heiser gearbeitet hat, als freier Journalist. Dieser Mann, in meinem letzten Video, guckt nochmal rein, da haben wir kurz drüber gesprochen, der belegt das nochmal mit den Pensionen. Im Endeffekt die Pensionsbombe, die gar nicht funktionieren kann, weil wir alle zur Ader gelassen werden müssen. Weil wir alle zur Ader gelassen müssen, damit diese Leute, die Intendanten, sich die Taschen vollstopfen. Und die Leute sollen natürlich verdumpft werden, sollen es nicht wissen. Und sollen denken, oh, die müssen es ja zahlen, dem bleibt gar keine andere Wahl. Aber wir sind nicht danach gefragt worden, 2,13, seitdem in dem tollen Land der Beitrag zur Pflicht wurde. Wir gezwungen werden. Denn, aber die Frage ist nur, wenn immer mehr Menschen mitmachen, was nämlich der Fall ist, es gibt immer mehr Verweigerer, wir gehen in die Millionenzahl, da funktioniert es irgendwann nicht mehr, weil wer soll die Pension für diese Leute bezahlen? Und die Situation ist jetzt die, dass dieser Mann, wurde in den Medien groß erzählt, ja, aufgrund dieses Berichtes, wo er das ja aufgelistet hat, da wurde er rausgeschmissen. Und zwar, weil Verdi sich dort eingemischt hat, Verdi, die Gewerkschaft, die führt die Verhandlungen sogar durch, für den öffentlich-rechtlichen, wenn es um die Pensionen geht. Man muss sich das so vorstellen, ist so, als ob mein lieber Kameramann, der Dominik, der ein freier Kameramann ist, wenn ich jetzt sage, ich habe den Dominik rausgeschmissen, da kann er nur müde lachen, weil dann sagt er sich, naja, ich habe ungefähr vier Auftraggeber, jetzt habe ich einen weniger, aber ich kann ihn ja gar nicht kündigen. Da wurde wieder medial die Sache so in Szene gesetzt, um den Menschen Angst einzujagen. Lasst euch einfach keine Angst einjahren, fangt endlich an, euer Gewissen zu befreien. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich heute so dastehe. GZ, ich zahle nicht. Das ist nicht einfach nur irgendein Aufkleber. Die Leute, die mich kennen, wissen, der ist an meinem Auto und dieser Aufkleber fährt mittlerweile an Zehntausenden von Autos, an Fahrrädern, an Bürotüren, überall ist dieser Aufkleber dran. Und das ist einer der Gründe, warum die Leute immer mehr Zivilkoral, Garage zeigen und sagen, ich gehe jetzt auch nach außen. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben die Situation, ich nenne die immer wie so eine Insellösung. Auf der einen Seite eine Insel, ich nenne die mal der Mainstream oder die Leute, die davon leben, die arbeiten gehen, die Fernsehen schauen und das glauben, was man ihnen sagt. Und immer mehr Menschen verlassen aber diese Insel und zwar über eine Brücke mit einem Beinstehen, stehen sie aber noch auf der Insel, weil sie irgendwie auch von diesem verlogenen System partizipieren. Aber in diesem Jahr 2019 und das verspreche ich euch, das ist das Jahr der Entscheidung und zwar für jeden Einzelnen von euch. Die Leute, die auf der Kommandobrücke stehen, von der ein zu anderen Insel, die müssen sich entscheiden und überlegen, gehe ich zurück oder folge ich all den anderen, so wie wir, die schon vorgegangen sind, auf diese andere Insel, wo immer mehr Leute sowieso sind und immer mehr rüber rennen. Und das ist eine Entscheidung, die kann euch keiner abnehmen, die könnt nur ihr für euch selbst entscheiden. Fakt ist aber eins, die Initiative Rundfunk frei ist deswegen so überragend, weil es dort einfach und simpel drei Wege gibt. Drei simple Wege, einmal zu sagen, hey, für den Angsthasen quasi, jetzt nicht böse mein, der Einsteiger, wie machst du das? Weg eins. Wegen zwei, für den Fortgeschritten, wie gehst du vor? Weg drei, Gewissensentscheider für die Profis, die sagen, ich bin da schon lange drin im Segment. Und das ist also simpel und einfach, dass es jeder schafft, mit diesen drei Wegen sich zu befreien von dieser Pflicht. Kurz zu diesen Aufklebern, wir machen unten einen kurzen Link rein, könnt ihr, könnt ihr rausschauen, wo ihr die erwärmen könnt. Viel wichtiger ist jetzt, dass wir alle überlegen müssen, dass wir nicht einfach nur ein kleiner Tropfen sind, sondern der Tropfen verbindet sich mit dem Nächsten und mit dem Anderen und aus diesen Tropfen wird eine riesen Welle entstehen und diese Welle wird dieses GEZ-System wegspülen. Und ich schaue auch immer in die Kommentare rein und es sind immer wieder auch negative Leute. Das ist nicht schlimm. Die machen drei bis fünf Prozent ungefähr aus. Das müsst ihr euch vorstellen, das ist wie ein fauler Apfel in einem Korb mit wunderschönen, knackigen Äpfeln, die Energie haben. So, entledigt euch dieser faulen Äpfel, schmeißt sie einfach raus. Ich weiß, es klingt vielleicht hart und vielleicht überheblich für euch, aber macht es, weil die Masse denkt so wie wir. Und es gibt immer auch Leute, die versuchen, alles überall schlecht zu machen und überall einen Punkt zu finden, dass es nicht funktioniert. Und ich kann euch sagen, die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif. Keine Idee ist so groß, wie die Zeit, für die es gekommen ist. Und die Zeit ist dafür gekommen. Und wir haben extra eins gemacht. Der Schirmherr quasi, derjenige, der dahinter steckt, ist Olaf Kretschmann. Die Koryphäe überhaupt in diesem Segment, die mit ihm mittlerweile kommuniziert haben über Mails, wissen genau, wie viele Menschen er sich, den Menschen weitergeholfen hat. Alle namhaften Personen, die ins Gefängnis sollten und so weiter. Diesen Menschen hat er geholfen. Er ist derjenige, quasi das Gesicht, diese Bewegung, der in den nächsten Tagen von mir auch noch interviewt wird. Und dieses Interview müsst ihr euch unbedingt angucken, weil da Details nochmal rübergebracht werden. Fakt ist aber eins, damit ihr auch was in der Tasche habt, haben wir extra für euch, exklusiv, haben wir jetzt diesen großen und bekannten überragenden Vortrag, den ich mit Olaf Kretschmann damals gemacht habe, also vor knapp einem Jahr, der war damals komplett ausverkauft, haben wir extra als Download jetzt hochgeladen und damit ihr sofort loslegen könnt, dass ihr sofort quasi im Auto, wo überall seid, dass ihr euch den anhören könnt und sofort das Wissen auch mit anderen Menschen teilen könnt. Download-Link ist auch unten drin. Denkt immer daran, denkt immer daran, empfiehlt dieses Sendeformat weiter, damit wir immer, immer mehr werden, weil im Endeffekt seid ihr es, die wirklich wichtig sind, aber im Endeffekt ist es so, dass nur wer gegen den Strom schwimmt, der gelangt zur Quelle, denn nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Euer Heiko Schrank.